Musik Vor allem, man nimmt gerade eine Folge auf, wo es darum geht, dass jemand verschwunden ist und dann sagt man, dass man hofft, dass die Person, die verschwunden ist, gleich wieder da ist und was zu essen mitbringt. Super. Team Akrobatiken Wieso zählt das nicht als Team Akrobatik? Musik So, du hast Multishot Kannst du vielleicht bitte, anstatt dass er es auch benutzt? Musik Höchstens wenn Nö, bringt nix So, welches Feld können alle erreichen? Musik Ich kann hier gar keine Team Akrobatiken durchführen Meine Reichweite ist zumindest einfach zu hoch dafür Musik 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 Ah doch, eine können wir hier durchführen Jetzt haben wir eine geschafft Musik 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 Na gut, mal gucken, was können wir machen Musik Musik Alle Minions besiegen Ja, das klingt machbar Musik 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 Wow, wir haben nur noch Healer und den Boss Musik 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 So, du greifst den an. Mit ihm muss ich ihn angreifen, aber das kann ich nur so. Pass auf. Ach, fuck, jetzt hat der auch. Ah doch, der macht mit. Und die habe ich ganz vergessen. Verteidigung. Aber das bringt eben nichts. Hoffe ich zumindest. Ah doch, er hat es überlebt. Ach, ja. Das krönenden Abschluss. Das krönendige Abschluss. Telepathische Fa... Was? Ne, das Übermittelfarbe Über Telepathie direkt an das Gehirn Was? Soll ich die Einladung zur Party annehmen, auch wenn ich gar nicht gemeint bin? Ich glaube, ich hätte einfach da hingehen sollen Das hier lohnt sich auf jeden Fall So, das hier Ist, denke ich, sinnvoll Ich hätte jetzt eigentlich das hier Arc Ring nennen sollen Und einfach nur, ja, das hier so lassen Hm Hä? Wenn das hier der ist, den wir gerade benutzen, dann Ah, okay, doch Ja, klar Was mit den Schuhen? Achso, wir haben ja, okay, wir haben unsere Mega-Movement-Schuhe Und die sind eigentlich ziemlich gut, weil sie einen sehr flexibel machen In zehn Runden gewinnen und Was meinst du mit Finishing-Move? Oh no 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 mem no ich bin mir ziemlich sicher die namen sind von den entwicklern das ist eigentlich perfekt dafür mit dem longboard warum haben die deswegen so weit von den npcs gespawnt und 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 Das war's für heute. Aber die Kameraleute interessieren den auch gar nicht. In zehn Runden. Können sie denn alle erreichen? Nein. Obwohl doch jetzt, warte. Was auch, du greifst den an. Wobei, jetzt funktioniert das Teamwork nicht mehr, ne? Ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, die Healer werden mir da einen Strich durch die Rechnung machen. So, die kommen schön zu uns. Was macht ihr? Ihr tut gar nichts. Ne, der kann sich selber heilen, okay. Wir können auch nicht warframen. Das ist... Wir müssen die Healer erledigen. Schafft er das alleine? Ja. Jetzt können wir warframen, aber bewacht noch ein bisschen. Pass auf. Ja. 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 So, was ich mich jetzt frage, wenn ich jetzt die Warflames aktiviere, kann ich dann auch den blauen wieder benutzen. Nein, kann ich nicht. Der ist zu weit weg. Pass auf, wenn man mit den Dingern macht, also wenn man mit einer Spezialwaffe angreift, dann machen die Leute, die das Teamwork, machen das ja auch. Eigentlich ziemlich gut sogar. So, der heilt sich. Ich hatte gehofft, dass ich da mit Multishot alle treffen könnte, aber ist wohl nicht so. Okay, der hat Finish-It. Das heißt, das können wir auch gleich tun. Das heißt, das kann ich nicht so. Sooo 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 Sooo